Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde CSGO hier auf DOS 2 mit den öffentlich-verdichtigen Hase, Saiba, Flori, Wanda und ihr. Hallo! Gekka, Gekka! Und Hase mit neuem PC, sprich, man kann jetzt ein bisschen Skill von ihm erwarten? Hahahaha! Der Witz war kurz, der Witz. Hase, ich will heute von dir drei A's sehen. Hahahaha! Okay, ich bring euch selber und selber um. Hase, ich bin schon kein Blatt B. Nein, ich spiele weit weit. Weil du da drüben hast... Ja, dann bin ich los! Hase, Hase! Du Außenseite da drüben hast überhaupt nichts gelegen. Hase, Hase ist so kompliziert. Ey, ich merke, ich habe 160 Kilo in meiner Fiete 50. Oh, ich hab die Bombe. Oh nein! Du hast die Bombe, geh weg von mir, du willst nicht explodieren. Jihad. Er ist bombig. Er ist bombig. Saga, du bist explosiv. Einer kommt, Cutters! Ohohohohohohohohohohohohe! Oder EINE, weiß man nicht. Ich glaube ja nicht, dass EINE ist, sondern EINE. Damit ich selber nicht beschweren muss. Was war das denn? Einer ist noch im CT-Spawn. Ähm, da ist einer auf Window. Was? Holz? Holz? Ich glaube mein Holz. Das heißt offiziell, äh, äh, Loch. Für mich ist das Window. Ne, es heißt Window eigentlich, ja. Einer ist auf Tunnel. Lass, dann lass ihn kommen. Lass, lass. Oder lass weglaufen, dann kommt der Sonne gehen. Nein. Flori, hier sehen. Wie gesagt, haben wir alle in das Video? Irgendwo muss ich mich ja hinfliehen. Wo? Und da wollte ich lieber jetzt direkt da reingehen. Äh, nochmal B. Ich gucke, wie der Cutter ist. Uh, nein, er macht Armana. Armana coin. Hochdehende, Wochenende. Armana. Armana, Armana könnte mir gefallen tun, diesen Satz einfach nie erwähnen. Weil ich denke an einen Bild und das nehme. Nee, 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 nee. Ich gucke an derному wie. Ich gucke an der holy. Ich gucke an der holy. Du machst nix, 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 nix. Andere Leute würden's mal jetzt als Hacker bezeichnen. Weißen CT-Spot? Guck, guck, guck Hohl und Double Doors ich muss mich da verstecken Guck, guck Bindo, guck Bindo Guck Bindo, mach selbst Ja, nachdem ich die Bomme geplanted habe Ja, das war aber eine Gutform Weil ich wusste, weil ich da hingehört An, äh, eine gewisse Werbung mit dem Slogan, machst hier selbst Oh ne, ne, ne äh 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 Tunnel Tunnel! Tunnel! Amina! Kann das sein, dass die Waffe äh Funken sprüht? Ab und an macht ihr was, ja. Noch mal, noch mal B. Noch mal, noch mal B, ich geh wieder krattern. Vielleicht geb ich Karolka wieder. Ich frage mich und guck schon mal mit. Vielleicht, vielleicht geb ich Karolka wieder so'n schönen Headshot. 2 mit, 3 mit, äh Quatsch, 3 B. Ah ja, das ist ne B3 Call, ja. Ey, die müssen das jetzt langsam vermuten. Schade. Nein! Och man, der ist ja geblockt. Tunnel ist bei Mitte, der türkisch Tiger ist bei Mitte oder so. Hase, hast du mich geblockt? Reiche Wind, du Hase. Kann nicht sehen! Tunnel! Tunnel! Blend? Nein, sind noch zu viele da. Ungesund, wenn jetzt blendet. Äh... Aber hat voll funktioniert. Oben, oben, oben. Dass man viel Geld auskommt. Ah, fuck, ich hab mal so'n Scheiß-Lag gehabt. Ja, schade. Na ja, passt schon. Alles gut. Nein, das hasst du, ich hab nen neuen PC, ich will keine Lags haben. Ja, aber dazu bräuchtest du ne neue Internetleitung. Tja, jetzt werde ich auslasten. Ja, also da hast'n... Ja. Gut. Ah, wer hat die XM geglaubt? Ich gebe mit, ich smoke mit und gebe... Two hands. Ich wollte eigentlich auch überschort, weil ich hab, äh... Wollt gerne überschort mitgewinnen, wenn wir es blöken. Ja, ja, aber... 2 Stück. Au, au, au. Au, au. Au. Ist doch nicht tot. Auf, haut zusammen. What? Der hat gar keinen Schaden gekriegt. Alter. Was hat das mit der Diegel immer noch gemacht? Ich hab dich aber gehittet. Das ist es ja. Ey, einer ist on ramp. Einer ist on, äh, eh, ramp. Schieß einfach, Cyberbot ist mit dir beschäftigt. Okay, der ist tot. Was hat denn die Bombe? Ich. Okay. Ähm. CT. Äh, CT. CT. Kann mir dann halt die Aare mitzählen? Wann war? Du wirst erziehen nächstes Mal. Hallo, ich bin punktemäßig über dir. Hehehe. Scheiße. Warte. Das würde in beiden Fällen reichen. Das ist ja ohne Kindschaft. Ja. Wann war du auch mit einer anderen Hauseinstellung. Nein. Doch. Nein. Sonst hättest du nicht daneben geschossen. Ich hab daneben geschossen. Du darfst dir nix sagen. Du bist unter mir in der Liste. Wir gehen A lang. Bin ich? Wie kann ich unter Wannwarten? Wie kann Wannwarten Team Leader sein gerade? Tja, das war letzte Runde auch. Das liegt an meinen Skills. Wannwarten, Wannwarten. Wannwarten, Wannwarten. Ja, auf jeden Fall. Das ist sagt der Richtige. Wannwarten, 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 Wannwarten. Ich geh, ich geh jetzt raus. Was hab ich vorhin Headshot gegeben hab? Einmal, Wannwarten. Einer und mit. Ja, ja. Und der wird direkt mit Headshot geklebt. Jawohl. Ich krieg aber noch n Assist und nicht erledigt. Hm. Cut Up kommt? Ich lass ihn mal kommen. Einer Double Doss bei Fehler. Verdacht auf A-Short. Wann war? Ihr könnt durchlaufen, ihr könnt einfach durchlaufen. Eigentlich müsste hier aber noch einer gewesen sein. Ich bin gerade auf A, ich bin gerade auf A. Hier steht einer am Decke, genau. Boah! Einer ist noch ein Short. Ich glaube da kommt nichts, Hase. Er hat ja auch keinen Grund, ne? Mhm. Und es sind noch zwei am Leben. Halt bloß die Bombe im Auge. Ja. Ich wollte gerade abschießen dabei. Mein Gesicht löst sich auf. Schon wieder? Ja, ja. Ja, selbst mit der AWP musst du jedes Mal die Scheiße nachladen. Wo? Ja, äh, B. Bäh. Aber das geht nicht schneller. Und ich geh Hase mal die Bombe, ich geh wieder Cutters. Ich hab jetzt ne Galil genommen, das passt schon. Oh ja, hab ich die Cutters. Ich glaub ich nehm nie wieder ne AWP zum Anfang. Nach der Trekrunde. Schicke Garnil. Bist du auch ein Code? Patters! Abhin, Abhin gleich, komm. Sauber knapp. Was ist denn das? Der ist doch so gut wie tot gewesen. Ey, sieht sauber aus. Alter, das gibt's einfach nicht. Nehmen wir die DMP7 für den Nahkampf. Ah, wir haben erstmal ein Projekt. Orange, machst du Cutters? Nein. Hallo. Also nicht schießen. Nicht da wo du grad hingeschossen hast. Cutters? Ehh, Window mein ich natürlich. Ehh, Window? Okay. Letzter Tunnel. Nicht voll letzter Tunnel. Ich bin hier. Okay, ich kam, kam Musik. Ist die Frage. Oh mein Gott. Ich mach'n Abgang. Ja, aber nicht, äh, zu CT. Ja, fertig. Ja. Hey, ich bin wohl MVP. Hey, cool. GZ? Ähh. Warum bist du eigentlich, ähh? Ich hab' hier drei O umgelegt. Wir gehen A. Wir gehen nochmal A. Er hat die Bombe geblendet. Sehr gut. Nochmal A. Ja. Wieso, musst du mal? Kann jemand, kann jemand smoken? Damit? We must move. Doch, warte mal da. Wer hat, wer hat denn den Smoke? Ich hab' keinen Smoke. 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 Das ist halt Wanva. Ich wette, ich werd' gleich wieder abgeschossen von mir. Einer ist Cutters. Einer ist Cutters, ja, ja. Da ist noch einer on-spot. Warte. Da ist los. Endlich mal wieder ein Headshot. Warte mal, ich sagte noch, warte kurz, aber... Wer guckt da in der CT? Ich guck schon. Aaaaah! Ach, scheiße. Einer ist noch CT. Einer ist in der scheiß Ecke. Jetzt nicht mehr. Aber, es ist noch einer CT. Ach, Mann. Durch die Wand, jetzt schon. Oh, das ist doch... 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 Du musst ein bisschen aufpassen, dass du mitkommst und nicht einfach bloch stehen bleibst. Ich hab' gegen hinten abgesaved, hallo? Du kannst... Du kannst ein bisschen auch mitgehen halt. Wo? Ja, ich hab's ja dronken hinten. Ja, wo gehen wir hin? B. Äh... B. Ich guck, wo du Cutters. B. Ich guck Stairs. Stairs? Ich guck Cutters. Ja, okay, Stairs wird mir gut. Wenn du tot bist, kommt meine erste erst. Das ist aber witzig hier auch. Hase. Ah, die Flash. Feinster. Ich wette, der erwartet mich gleich hier. Achtung, da haste ein Autosniper, ne? Wo ist denn die Bombe? Hase, wir gehen woanders hin. Wir gehen woanders hin. Da ist der Autosniper. Nein, das ist ein Palaz. Boah, können die mal sterben? Das ist doch... Das ist doch... Der ist doch tot. Die Waffe, aber die Waffe zieht einfach so krass bei mir. Ich weiß allerdings nicht, warum. Die OMP zieht immer ein bisschen nach oben. Aber nicht zur Seite. Doch, auch ein bisschen minimal. Ja, also geht doch. Jetzt geht es auf einmal wieder. Jetzt hat Flore wieder angemacht. Ich verstehe, sie hat angemacht, es weiter gelaufen. Äh, Hase, lass mich vor, ich habe nur noch zwei HP. Dann kann ich dir spotten. Short, short. Und long. Jetzt beide, nee, hatten die nicht. Meiner, einer AK, einer Autosniper. Oh, meiner AK. Okay. Ja, wir gehen in A. Gut, ich smoke mit. Ah, kurz. Okay, das will ich gut. Ich smoke, bitte. Ich flash, bitte. Geht hier vor? Ja, genau, erstmal die smoke. Ich flash, ja. Smoke gleich hinterher. So, smoke. Ich guck's selber. Ich kann es weitergehen. Ah, liegt von uns. Ah, knack. Schon wieder zuhause, der Überraumkippsdruck mit der OSP. Ah, ah, ah. Oh, nice, Florey. Shorts, zwei Shorts. Shorts, zwei Shorts. Schock, diese Autosniper, Alter. Ja. Aber der ist ziemlich langsam. Hm. Wer? Der mit der Autosniper. Schöne Sorgen. Äh. Das war wieder B. Der AK, irgendwie voll komisch. Keine Ahnung. Ja, der ist ja euer letzter. Wo ist das? B. Ich bin trotzdem. Trotzdem trifft er irgendwie erstaunlich gut. Ja, das. Weil der hat mich, weil der hat mich auch schon ein paar Mal wegboostet. Bitte keiner Molly auf Katas. Danke. Zwei Worten, eine hinter der Kiste. Okay, wir flash, ich bin zu A. Ich habe jetzt nicht Mitte geguckt, richtig. Ich laufe einfach durch. Zwei Wörter Decks in unseren Rücken ab, ne? Ja, ja, ja. Einer ist ganz hinten, einer CT, unten. Nee, CT, äh, Quatsch. Einer along. Rapp, bomb. Ne, jetzt rein von hinten. Was war das für die Bombe? Kommt der von Short? Akkurt. Short! Ich lasse ihn lieber kommen. Oh, das sind ein bisschen zu viele. Ich lasse ihn lieber kommen, das sind drei. Ja. Hmm. In this moment, when you do fuck that. Ein bisschen. Gehen wir nochmal A. Direkt A? Kurzer oder lang? Äh, lang. Ich lasse mich durch, ich habe eine Smoke. Smogst du lang oder smogst du mit? Ich weiß nicht, ich bin. Ich täusche, ich täusche, äh, Short an. Flashback. Danke, Cyber. Tut mir leid. Verdeckt hinten? Obwohl, das ist eine A.G., das geht natürlich. Da ist eine, an den, an den Fässern. Sch, sch, sch. Ah. Ah. Schade. Kommt noch einer von hinten. Ja. Scheiße. Einer von le... 70 in 1. Daubert. Nice. Der ist aber... Einer ist ganz hinter den Fässern. Ich bin bewegt. Pass auf, da könnte auch jemanden entgegenkommen. Fuck this shit, I'm up. Achtung, da kommt einer hinter dir, Seidmann. Ja, ist aber dran. Ey, bin doch, bin doch. Ja, natürlich gibt er mit der Autos mal probieren, Helder. Weiß nicht, der ist mal ein bisschen suspekt. Ist der... Nein, das war der Schlechteste. 2,50 in 1. Was? Das war der Catshot-Fahrer. 2,50 in 1. Ja, aber trotzdem. Ist machbar. Aber während er angeschossen wird und Obermür steht. Aber ich, ich glaube, dass er... Wir gehen übrigens B. Ich glaube, dass er, ähm... Guck mal, beim Mittelwerb, wohin geht. Also, wenn er was hätte, dann wäre er ja besser als der zweitschlechteste. Und nicht unbedingt. 3 zu B. Hä, das kann nicht sein. 3 zu B. Ich hock doch gerade ein Mittel. Ich flash. Aber warum gehen die jetzt alles zu B? Das war ja. Ist einer durch Mitte durch? Ich meine, der Mitte ist keiner durch. Sind drei direkt zu... Okay, wir wechseln. Wir wechseln, wir wechseln. Nee. Ich steppe dort und dann wechselt die. Einer kommt, Cutters. Einer kommt, Cutters. Ja, wir konnten ja nicht wissen, dass die Autos da aber da ist. Sorry, dass ich dir den Kegel geklaut hab. Hab schon. Ich hab ne SSG. Das ist mir recht mit dem Kegelklaut. Das ist Flori. Ach so, ich dachte, das ist ne Arme. Nein. Einer kommt hinter euch. Einer kommt mit durch. Mit durch. Mit durch. Äh, Bandbar, passt auf hinter dir. Okay, der ist tot. Noch einer. Ah, das ist Flori. Ist Flori sauber? Äh, ja. Ich blende jetzt. Ah, das macht nochmal 300 Dollar. Das war irgendwie so. Ja. Ja, 300. Vielleicht guckt bitte mit, wenn ich aber auch das nebauten. Äh, wo? Äh, okay. Ohne Witz, ne. Ich zeig euch schon mit meiner Waffe in Richtung B, ne? Und ihr gelauft alle A. Ja, zeigen ist nicht so wirklich auffällig. Ihr habt mich sogar angekuckt. Einer zu B, Zwei zu B, Drei zu B. Hast du gerade auch den Farbeimer geschmessert? Ja. Wer bist du überhaupt jetzt Mitte? Einer von uns? Nein. CT. Übergang von CT zu A long. Autosniper. Wieder Autosniper. Links von dir. Einer T spawn. Ja, okay. Türke, ich teige, du kriegst jetzt sowas von der Meldung, und du kriegst nur auf die Eier. Guter Headshot, Hase. Okay. Ich sage, da kommt einer von langen. Einer kommt nur, T spawn. Ja, aufpassen. Aber wie der direkt wusste, dass du da in der Ecke bist. Na gut, ich stehe auch sehr öffentlich. Ja. Ja, aber trotzdem. Oh, jemand hat die Autosniper weggeworfen. Ja, und gegen eine Autosniper getauscht. Nee, das war eine AK. Nein, war eine Autosniper. Nein, das war ganz sicher eine AK. Gesehen. Ja, ich auch. Ich bin vorderen. Nein, ich bin vorderlich. Wurscht. Nein, ich bin vorderlich. Ich habe einfach ein Ding, ne? Äh, wir gehen B. Ich gucke wieder, äh, den unteren Tunnel. 2B. Die Treppen. Hier, wo katt ist. Treppen. Da steht jemand bei den Kisten. Könnte Autosniper sein. Weißt du was, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt einfach außen lang. Äh, pusht mal von außen B. Okay. Eine Able. Die Able. Ja, wow, danke für den. Ich habe den Kill angefangen. Nein, ich habe den Kill. Ich habe ihn angefangen. Ich habe ihn mit ihm gesucht gerade, die Olle. Gieß, Banane. Äh, nee, der falsche Garte. Die Christ win. Yeah. Gut gemacht. Und zwar nicht mehr zum Plenten, aber... Ich bin mal nicht gestorben, das freut mich jetzt mal. Äh, letzte Hälfte. Das war gut. Und wir gehen, ähm... B. B. Ich gucke Mitte. Ja. Ja. 2B, 2B. Ich bin irgendwie voll müde. Ich habe 3B-Lure, glaube ich. B. Wand 2. Okay. Einer kommt von Boas von A. Wo gehst du hin, Cyber? A. Richtung A. Okay. Dann gehe ich zu B und gucke, dass ich irgendwas mache. A ist frei! B ist frei! Also, passt auf. Könnte jemand zuerst kommen. B. Einer kommt angehittet. Entweder über T-Spawn oder über Cutters. Kann ich auch nicht sagen. Ich habe mich gerade Richtung A T-Spawn gekehlt. Guckt einer, äh, Tunnel? Ja. Guckt ihr, guckst du? Theoretisch sogar. Einer kommt, äh, über, ähm, TT. Boah, aber ich bin wieder direkt. Boah. Wusstet, dass... Nice. Man, das war ein nice save für die Arbeit, das fangt. Ich bring's aber, ist egal. Ich hab, ich hab noch drei Leute mit, zwei Leute mit der Diegel weggeholt. Ah, na, ne? Nice. Da zwei Leute mit der Diegel und den letzten, der hat mich dann gekillt. Das war dieser, äh, mit der Rimmer-Typ da. Ich geh B. Dann geh ich A, Short. Ich geh B. Äh, P2, 50? Ich bring mal Rettiebock drauf. Die, die. Äh, zwei B, zwei A, der andere guck Mitte. Ja, ich bin B. Dann guck ich Mitte. Cool das. Äh, die gehen, äh, A kurz. Was? Ein, zwei sind Short. Drei sind Short. Vier sind Short. Wow. Keine Güte, der erste One und kein B war. Nein, du reeskaliert. Vier, Schock, zwei Short. Ah, 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 ah. Du reeskaliert. Ja, Bombe, es beginnt für A. Ich hab, ich hab doch gesagt A, Short. You're doing this, win. Oh, ja, äh, das war's dann mit der Runde, ne? Nö, das war ne schnelle Runde. Oh, ja, weil ich zwei Headshots verteilt habe, als ich da rauskam. Die, die wurden, die wurden ein bisschen zerstört, glaube ich. Ich glaub, die waren etwas überrascht. Ja, das lag einfach daran, wenn man kein B-Rush macht, direkt. Wir smogen, aber wir smogen keine Smoker. Let's get the smoke, A. Äh, braucht keine Smoke. Fuck. Noch haben sie keine Arme. Schau, komm. M-m-m-m-m. Warten wir, ich smoke mal, Tome. Oh, ja, mach mal. Ja, die kommen, Tome. Wir sind Flachbank. B. Die sind zwei lang, zwei A lang. Die sind A lang, die sind A lang. Ja, die Bombe ist übrigens, dass sie kommen. Ich wollte nur sagen, sie sind A lang. Danke, Hase. Dann lass sie kommen. Ich hab sieben HP nahe an der Beide, aber hier noch. Gleich doch zum Überlegen, oder? Natürlich. Danke für die Flash. Tut mir leid. Könnte Cutters kommen. Über Tunnel. Guck, ich bin da. Das war gut, Cyber. Der war doch böse. Ja. Der war doch richtig böse. Hä, wieso Cyber? Cyber hat doch gar nichts gemacht. Ich hab grad den letzten Typen voll weggenatzt mit der Tee, die ganze Zunde! Hast du nicht! Hast du nicht! Lana hat nachher noch gekillt, aber trotzdem, der Tee-Geschuss war absoluter Hammer. Mhm. Mit den hab ich jetzt nicht gesehen. Der war geil. Der war Overnight Thousand. Alter, der war der nice. War geil. Zum Glück nehm ich die Folge auch noch. Wer hat die Smoke geworfen? Ich weiß nicht. Gegner. Die werden schon smoken die Gegner, sie werden Short gehen wahrscheinlich. In jetzt raschen Weiten hab ich sie glaub ich aufgehalten. Sie müssen's Short gehen. Aber dann kann das, die kommen A, die kommen A. Ne, Kata kann nix. Ich gehe über Kata zu B. Äh, wie viele sind... Oh, das ist ein einige lang. Ich gehe über Kata zu A. Alter Hase. Schon okay. Boah, ist er exkalibriert jetzt mal. What the fuck? Exkalibriert? Grenade out. Dankeschön. Das bin ich! Ach so! Oh, oh, oh. Oh, sorry, Mamba. Ich hab zum Glück keinen Schaden bekommen. Komm, tanze mich. Denn hier herrscht kein Tanzverbot. Oh Gott, hör auf, ihr Tanzverbot, du Spaten. Das ist schon ne lange Runde, ne? Echt? Ja. Ja, ich bin bei 25,550. Jetzt hab ich keine Granaten gekauft, verdammt. Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso hab ich denn jetzt Charme bekommen? Lass mich da noch. Was war das gerade? Hä? Hä? Was war das gerade? Die Granate flog noch. Ich hab noch einmal wieder, wieder schön von komplett hinten bei der Kiste gediegel. Hm. Ich hab auf einmal Schaden von rechts bekommen, wo Nana stand. Hä? Während hätt ich was eh nicht angeschossen. Ja, da war einer, da stand einer auf der Kiste. Also ich bleib einfach mal nur bei Only Diege momentan. Hat so viel Spaß. Ey, die sind preisgünstig. Ja, du, ich hab 8000 dabei. Ist jetzt ja jeder keine Granate gekauft. Ja, ja, und wenn man damit umgehen kann, ist das Ding so effektiv wie alle anderen Waffen. Super. Nein, das ist ne AWP. Ja. Einer, äh, T-Spawn. Einen Smoke haben wir von Freitag. Die kommen, die kommen, äh, kurz. Einer, aber wenigstens Cutters, oder? Ne, das bin ich nicht gewesen, gar nicht. Ach so, das bist du gewesen, okay. Oh, nein, legh, 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 legh Ohne Witz, wir sollten immer mal so'n Spot-Training machen, gell. Ich muss mich wieder einkaufen, ach mann. Ja, weil du mir so viel Geld ausgeben musst, ne? Ja, ach mann, so viel Code. Ohne Witz, ich kaufe aktuell nur UMP. Ich flash mal rein beim Miteinander. Oder auch nicht, weil ich es verkackt hat. Nein, warte, das ist deine Schuld, du hast mir gar noch gerammt. Ja, aber du musst ja drauf ausgehen. Ah ja, du sagst, was hast du mich eigentlich mitzumachen? Ich komm schon wieder A, glaub ich. Äh, ja. Ja, Short, es sind drei Short. Gott, ich geh über Kassel. Was tun wir hier eigentlich immer bei ihr? Was sag ich? Was tun wir hier eigentlich immer bei welchen? Äh, stehen, glaube ich. Ich glaub auch. Tschüss, ich bin tot. Achtung, zu leben, Lana. Das war aber ne Reaktion. Ohne Witz, ich hab' noch mal mitbekommen. Weil die haben noch nie mal Kuh, die kaufen sich nur ne Kuh. Oh, das war so niedlich. Weil die denken, die können es so wie du, aber sie können es gar nicht so wie du. Ne, he, 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 he. Ohne Witz ist ein Leder. Du wirst wirklich mit Cyber mitzumachen. Das war's mir. So der liegt die Folge. Du wirst mit mir mitzumachen. Das war's mir. Ohne Witz. Ohne Witz. Jetzt kommt die traurige Phase. Ja. Zumindest bei den Gegnern ja. Oh mein, 12, 9? Haben wir so krass aufgeholt? Ja. The comeback is real. Oh, scheiße. Geh weg, selber. Du hast keinen Schaden bekommen. Ja, das, äh. Ich, ich helf' dir. Äh. Alle A lang, A lang, A lang, A lang. Ja, alle können ich sagen. Drei sind A lang. Bombe ist A lang. Bombe ist A lang. Bombe A lang. Ich hab mal deine Diege mitgenommen. Zwei sind A lang. Mhm, 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 mhm. Das war der Einzige. Ganz klar. Ach, Gläute. Die Hilfe aber hatten müssen, Mann. Was war denn das jetzt gerade? Oh, ich hatte gerade alle gestorben. Ich bin gestorben, ja. Ich hab, ich hab mal drei knapp gekommen. Ja, zwei harte weiß ich, aber was ist mit den restlichen zwei? Ich wurde erschossen. Äh, ich auch. Ich, äh, wurde, äh, erschossen. Äh, 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 äh. Und wie genau, ach egal. Ich muss Kugeln. In eine Kugel. In die Bruder. Hier wurde eine Tür in meinen Kopf geworfen. Es war aber nicht Kevin Goalz, weil ich mich auf der Karte war. Fick dich, du Sau. Fick dich, jetzt hab ich dich. Jo, mach mal volle Aufräume-Attack bitte. Jo, mach mal volle Aufräume-Attack bitte. ? Einer ist A. Einer kommt da, einer kommt da, einer kommt da. Boah, der ist im Tunnel. Der kriegt 91 Schaden mit 1 Hit. Und dort ist er nicht da umgegangen. 136 in 2 im Tunnel. Boah. Der gibt B, der ist B, der ist B. Pass auf auf Window Off. Und Double DOS. Der ist Safe Call B. Eigentlich überall. Ich würde mir unbedingt eine andere Waffe legen. Aber gut, wenn du mit der Brut umgehen kannst. Hopp, 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 hopp. Strahle. Oh. Flori, warum bist du so mit der Stimme hochgegangen? Hab ich mich auch gerade gefragt. Das war irgendwie so. Whitney Houston ist incoming. Ne, Florian Silber heißen. Bitte. Dann kommen wir auch so hoch, glaube ich. Komm gleich. Komm gleich. Ja, vermutlich. Oh, Lariko. Aber wer kackt mich denn hier schon wieder? Okay, nur wird es wirklich Flash was. So, ich hoffe, ich hoffe es wird jetzt was raus. Achtung. Die kommen schon wieder nicht B. Also das ist doch zu sein. Schuss, 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 schuss. Zwei Warnsch auf. Achtung. Ich... Hier kommen Alang. Ich komm von links. Ja. Ja. Du eins hatte mich durch die... Das war eine Schuss. Ja, das war sehr abgestaubt. Warte. 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 Eine andere. Aber was tu ich damit? Tschuss. Sein Erster. Ja. Ich hatte grad den SD aufgehoben. Und ich denke so, was mache ich damit? Werf's ja nicht weg! Ich hab... Ich hab Hase Smoke aufgenommen. Das ist gut. Oh Hase-Smokes. Wie, wie geht's? Wuuuuh. Länge da und Smoke. Smoke! Das war ich. Die kommen doch schon wieder ab. Ich lebe Shotguns. Ich will auf B auch mal was zu tun haben. Die Variation ist not real. Alles klar. Wir sind alle unten bei der Abfahrt. Nachladen, nachladen. Dürkisch für Anfänger. Oh Gott. Der stand hier allerdings auch nur. Dürkisch für Anfänger. I'm not amused. Nein, nein, halt den, halt den. Wirst du sonst was? Ne, ne, fahr schon. Okay. Ich glaube die sind dezent salzig. Warte, warte, ihr sind. Grab your gear and let's go. Ja. Der muss der jetzt sein. Der muss der jetzt sein. Dann kapiert sie sich eigentlich, dass sie durch Shortguns schlecht durchkommen. Dann schneidet er nicht mal das B auch noch existiert. Aber sie sind gerade bei B, ne? Also einer zumindest. Zwei sind da. Oh, oh, oh. Hase, gut gemacht. Nein. Dann du überretterst ja. So, ey. Das war selbstloatbar. Das war's. Wo sind sie denn? Auf Web. Wollen wir auf Web. Nicht mehr. Cyber, ich habe eine Siegel für dich. Jetzt? Ne, die ist hässlich. Danke. Ja, okay. Ich geh in Eilig. Was gehst du? In Eilig. Alles gut. Ich guck miteinander. Ich geh in Eilig. Nein. Alles gut. Ich bleib. Ich bleib mit. Guck mal was ich gekauft habe. Ich geh mit. Okay. Was man? Aber wieso hast du sowas dann gekauft? Ich finde die Geld auch effektiver. Ich weiß, die Geld ist auch viel effektiver, aber... Eigentlich der Revolver. Heißsaiber. Wollte die eigentlich fliegen auf die Pistole, aber hat nicht funktioniert. Ich habe ganz wenig Leben, wenn ich sterbe, sind sie bei Short. Ich habe 8 HP. Gesundheit. Danke. Willst du mithaben? Ich muss sagen, dein Nieser war sehr männlich. Ja, Achtung von hinten auf dem A-Spot. Bomb ist bei A. Okay. Achtung, sie haben eine AWP. Wo? Das geht natürlich auch. Easy. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal ein bisschen. badn하죠. tschür. うcoh, tschüss. Vielen Dank.